Musik Augsburg, die schönste Stadt Deutschlands, sagen die Augsburger. Mit all ihren Sehenswürdigkeiten und herrlichen Landschaften, stellt sie Städte wie Paris deutlich in den Schatten. Zum Beispiel mit dem Rathaus, das größer ist als der Triumphbogen und außerdem deutlich mehr Eingänge aufweisen kann. Musik Unser Hauptbahnhof hat zwar nicht mehr Gleise als der von Paris, dafür aber die schöneren Züge. Während der TGV nur mit Geschwindigkeit punkten kann, glänzen unsere Züge mit Beauté und Elegance. Musik Wir brauchen keine Chance Elysee. Die Wasserfontänen im Wittelsbacher Park sind schöner als der Eiffelturm bei Nacht. Musik Der Tour d'Hotel, allgemein eher als Hotelturm bekannt, ist das Augsburger Pondon zum Tour d'Eiffel. Musik Auch der Perlachturm hat Niveau und bietet eine Bellevue über die Stadt. Musik Die Augsburger Cafés sind genau richtig für Rendezvous und Tête à Tête. In dieser schönen Stadt bietet sich jedem die Möglichkeit, seinen Vorliegen nachzugehen. Für Leute, die sich länger in Augsburg aufhalten wollen, ist das Gymnasium bei St. Anna die perfekte Residence Royal. Musik Nachdem Sie unser Foyer bewundert haben, können Sie sich auf unserer über 5000 Quadratmeter großen Liegewiese breit machen und die Sonne genießen. Musik Unsere wunderschönen Grünanlagen bieten eine perfekte Umgebung für einen erholsamen Aufenthalt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 An unseren zahlreichen Aufenthaltsorten haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Seele baumen zu lassen. Egal ob Sölle oder Unsomble. Und falls es Ihnen doch mal zu warm werden sollte, auch an der Interieur ist unser Haus très chic. Unsere Bibliothek ist ein guter Platz, um mal abzuschalten und sich ganz den Büchern hinzugeben. Wir haben alles da, von modern bis antik. Unsere Restaurants bieten Ihnen immer eine Bonne Cuisine. Von Baguette über Croissant, Filets, Crêpes, Ratatouille bis hin zu Ragout, Cordon Bleu oder Château de Brion finden Sie hier einfach alles. Dazu ein Glas Champagne und der Tag ist gerettet. Auch an Desserts gibt es hier reichlich Auswahl. Mousse au Chocolat, Soufflé, Tarte aux Pommes. Hier kommen Sie nicht zu kurz. Und unsere Kuchen sind selbst für Gourmets die Crème de la Crème. Und für den kleinen Durst zwischendurch finden Sie überall im Haus Kaffee und Getränkeautomaten. Für die schönen Sportiv unter Ihnen lässt die Varieté unserer Freizeitangebote nicht zu wünschen übrig. Bei uns ist es keine Schande, sich auch einmal ein Fauxpas zu erlauben. In unseren diversen Wettbewerben können Sie Ihr Können zeigen. Egal ob an der Kletterwand oder beim Billard mit dem Kühl. Also statten Sie uns einen Visite ab und entdecken Sie das Spektakel mit Ihren eigenen Augen. Wir freuen uns auf Sie. Au revoir.